Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Really? Nicht im Ernst. Legendary Skin von Trinder. Nicht im Ernst. Das wird jetzt eine lustige Runde um... Was spielen wir? Tf ohne Mf. Ich meint Mep. Ach. Aber verrat's keinem. Nee, werd ich auch nicht. Verrat's bloß keinem. Nee, mach ich nicht. Will ich nicht. Gut so. Ist alles gut. Alles ist gut, Leute, wir spielen hier voll... O.P. Mal schön wieder KDS, ne? Kluft der Beschwerer, also fällt gar nicht irgendwie auf, dass hier Teil zusammengewürfelt, die... ...frio scheiß Stimmszusammensinn. Wie sie überklüfte Beschwerer geht das doch, glaube ich, auch? Nein. Bei Fristed Fade gibt's aber bei anderen geht das auch. Gibt's Draft Pick. Ist wie... ...die verdammte... ...hier... ...Ranket-Auswahl. Nur als normal. Ohne Bedeutung. Surprise Party Fiddlesticks. Nice. Er skin is nice. Sieht voll krank aus. Ich will auch nochmal Twisted Fade. Gibt's aber nicht. Ist so geil. Guckst du Outenholer? Guckst du Outenholer? Und da war der Blitz again. Na, wenn die Aufnahme rauskommt, gibt's den nicht mehr. Ey, übrigens. Weißt du was? Möchtest du einen Hohler? Wo ist der Hohler? Kriegst keinen Hohler. Ich seh ihn nicht. Kriegst einen Keks. Oh. Warte, ich kippe ihn dir durchs Mikro. Ah, hab keinen hier liegen. Der war aber lecker. Ich weiß. Den hab ich aus meiner Kacke gelungen. Da ist n wieder. Alter, das übersteuert voll. Mann, wie sie leben da so lang. Ich muss mich hier gerade mal auskotzen. So ein bisschen. Tut mir leid, er sieht die Aufnahme ist nichts mehr. Ich kann für die nächsten zwei Jahre nichts aufnehmen. Nein, natürlich nicht. Lass mich doch mal ADC zocken. All in the cards. Ach, halt die Schnauze. Ich will das aber auf der Fünf. Scheiß Infos. Ich piss mich immer voll an. Der will campen. Der will campen. Der will campen. Der will campen. Oh, Camper, Camper. I know what you see. Alter. Lass mich mit deinen verfuckten Spinnen in Ruhe. Ich hasse Spinnen. Die dreh dich immer blatt. Soll ich? Alter, jetzt hatte ich übelst die Mausleg. Heißt, Legendary Skin. Okay, das wird er nicht überleben. Hoffe ich für ihn. Er hat überlebt. Scheiße. Einmal sinnloser Weise entzünden rausgehauen. Äh, sollte mir das Damage machen? Dir nicht? Nicht nur dem Gegner. What the hell? What the? What the? What the hell? Nimm doch mal nen Heiltrank. Ja, tja, Leute hier. Haut den an mich dran. Hast du überhaupt nen Heiltrank mit? Ich tue nur so. Ach so, ich auch. Ich besitze so was gar nicht. Weißt du das eigentlich? It's my lucky day. Alter, dir hat es so ein Leben. Sei nur froh, dass ich dein Leben nicht gekackt habe. Ich hab keinen Branner mehr. Hör, ich brauch nen Heilt. Ich hab kein Leben mehr. Aber es kommt falsch rüber. Du bist an dein Mikro gestoßt. Sühe. Nein, bin ich nicht. Das geht gar nicht. So wie ich sitze. Ich hab dein Leben gefickt. Ah, Leute, lass die doch immer an mich ran laufen, als wenn ihr noch mal verteidigen könntet. Ey, das wär logisch. Ich brauch so nen scheiß Heal. Verpiss dich, Junge. Ich brauch aber auch nen Heal. Ich hab kein Mana mehr. Passt. Ich kann vielleicht noch einmal ein E oder so reinwerfen. Aber dann hört... Oh. Mana würde ich dir gerne geben. Hau ab. Hau ab. Geh einfach nur weg. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Das war Lack. Das war Fiddle-Lack. Das war Fiddle-Lack. Ich bin geblendet. Ich würde gerne was reinwerfen, aber... Das wird eine lustige Runde. Oh, ja. Nehm du, nehm du, nehm. Ich brauch's nicht. Jetzt hab ich wieder genug Mana. Ach, Mann. Ey. Ach, übrigens. Da drüben drinnen, ne? Nur so. Alter. Das war so ein Lack, was du jetzt hattest. Das ist Lack. Lack. Äh. Ne. Wenn ich das jetzt da reinwerfe, habe ich das Glück, dass ich ihn nicht mehr treffe. Das könnte ein spannendes Spiel werden. Hm, das mag ich immer, wenn du da himpinkst und dann im Ende wirst du ignoriert. Äh, ja. Jetzt reden wir drüber. Nein! Nein! Black. Ach so, bei dir. Sonst wär das nicht passiert. Ich will nicht recken. Ich will nicht recken. Ich will nicht recken. Ein... Ein... Lane... Bis ich mein... Verfuckten... Ne, bis ich meine verfuckte KDU habe. Auf deutsch gesagt. Weil englisch versteht ja nicht jeder. Das ist aber Denglisch. Ich schmeiße seit neuestem immer so ganz chillig mein E-Rein. Jetzt habe ich meine Ulti, die nicht skillen wollte. Fuck you. Einfach. Ich brauche einen verfuckten Heal. Ich verdiene, Bitches. Ja, geht auf den Nunu. Der hat's eh verdient. Die kommen aber nicht mal hier vor, ne? Das kotzt mich voll an. Das ist wie Rassismus. Jeder will was von der Schokolade abbekommen. Das ist wie Rassismus. Oh, fast schnell. Hey, was du machst? Ja, ich hab geheilt. Ne, du... Ich hätte gesagt, ich geh mal rein, aber Wir sind schon alle Mitte What the fuck, ey Voll professionell Weißt du, was professionell ist? Das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht Ich brauch diesen verfuckten hier Geht doch Achso, ich mach mal den hier Und den hier Alter Ich hab den doch grad getroffen Das verstehe ich jetzt etwa nicht, aber Ach, das war die Tröte Wieso sollte ich auch? Das war einfach eine Hesse hier drunter, Ulti So, jetzt bin ich wieder on my way Du auch? Oh ja Halt die Klappe, du scheiß Shop-Typ Das ist so ein Lacker, sag ich dir Alter Dieser scheiß Lacker geht mir auf die Sack Hm, das war wieder mein professionelles Deutsch Weißt du, ich hab professionelles oder wie ein professionelles Deutsch Och Mann, ey Hier, ich spiel 1 Ich spiel 0, 1, 2 Naja, wollte ich aber nicht hinterher So Feeling blue Alter Hältes luck Hättet ihr mich nicht gestunnt, wäre sie weg Das gibt's nicht Weg mit den Ja, wollte ich auch sagen Mh Mhm 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 Es geht, der ist doch Das geht, der ist doch Das geht, der ist doch Irgendwie leider schon Nee, gibt's nicht Doch, Myrana Scheiß drunter Hm Ich bin geblendet 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 Oh, ich kann meine Ulti nicht einsetzen, um wieder herzukommen Das fiese, ich kann mich mit der ersten Stufe schon fast über die ganze Map teleportieren Ich muss mich nur in die Mitte stellen, dann könnte ich mich zu denen in die Base porten Geblendet Bis sich Heblendet Ja, für euch, toller, wer nach allem nicht fokust Na klar Ihr seid so, ko Was geht denn hier? Ah, fuck. Ein Team hat gesehen. da 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 alter nice head muss ich immer wieder sagen die e-port der kummer so das kann man ja nicht Du nimmst deine Ulti, teleportierst dich aus Nettigkeit hin, damit man sie töten kann, dann wird dir nicht geholfen. Na, ich stand die ganze Zeit eigentlich da und hab draufgehauen. Ja, schön, dass du da ein Gebüsch hocken. Ach, schön, dass man gleich wieder runtergehauen wird. Bitteschön. Bitteschön. Hat dir das geholfen? Ich frag mich jetzt eher mal, wie? Ja, du hast jetzt zwei Clills bekommen. Sind dir einfach reingerannt oder wie? Ja, ich hab mir geschlossen, du hast es geschmissen und dann waren sie down. Nein! Das gibt's nicht. Es gibt es einfach nicht. Soh... Soh... Vielen Dank.